Dr. Professor Elisabeth Haltenmann mit Erika aus Amerika. Erika aus Amerika war das schönste Girl im wilden Westen. Sie hatte Augen wie Edelsteine und wunderschöne O-Beine. Der Billy Colter hätt ganz gern gewollt, er sprach ich schieß dir eine Rose. Doch da der Robolver leider nicht mehr so ganz voll war, ging das mit der Hose in die Hose. Erika aus Amerika war das schönste Girl im wilden Westen. Sie hatte Augen wie Edelsteine und wunderschöne O-Beine. Der starke Häuptling Papa Zappeding, er nahm sie mit in sein Weak-One. Doch schon am nächsten Tag, der war ja nicht mehr stark, doch heute singt der ganze Stadt. Erika aus Amerika war das schönste Girl im wilden Westen. Sie hatte Augen wie Edelsteine und wunderschöne O-Beine. Der Wyoming Joe, da liebte er sie so, er ging sogar schon vor am Alltag. Da fiel er zack um, vor dem Jahr wurde vieler um, weil er schon 88 war. Sie hätte ihn genommen und die Rentsch bekommen, 8000 Kühe. Erika aus Amerika war das schönste Girl im wilden Westen. Sie hatte Augen wie Edelsteine und war ihre Tochter. Rose Marie, du hast so schöne Knie und deine Augen sind so blau, so blau. Alle Beine. Rose Marie, du hast so schöne Knie und sie kann sogar allgebracht. Juhu! Dankeschön. Dankeschön.